Hallo und herzlich willkommen Freunde zu einem gepflegten neuen RPG-Game und zwar zocken wir heute Pokémon Dusk Chronicles Dave ja wir haben ein Ableger oder jetzt wurde ein Ableger entwickelt für Pokémon Dusk den ersten Teil der Trilogie von Mr. Prince und RPG Stars und ich habe mir gedacht das kannst du natürlich dann musst du natürlich sofort zocken und ich bin gespannt ob er mithalten kann ob er was komplett neues hat wie es gemacht wird ist komplett blind bei mir ich bin also sehr gespannt also tauchen wir ein in die Welt von Pokémon Dusk ein weiteres mal los geht's hoch was bin ich gespannt RPG Stars was haben die da doch mit zu tun oder hat einer von nachher ich weh doch nicht ich bin einfach nur mal gespannt wie gut das wie das alles funktioniert weil wir ja wie ich glaube Dave zocken ach jetzt hör was von Daves Vergangenheit mit das ist geil Linda oh mein Gott was ist denn von Sprite naja okay der ist sogar noch akzeptabel ach dieser Strandausflug hat mich hat sich wirklich gelohnt hier ist es wunderschön und entspannt ja ich hätte nicht gedacht dass es mir so gut gefällt ich bin normalerweise nicht so der Typ für Strände hihihi dann hast du dich wohl eigentlich geändert mhm das zieht Brille auf bitte Dave das geht ja egal was ist ja für ein Schlafzimmerblick eh schätze ja dann peit schreit du hast es ihr überlegt wegen dieser einen Sache ja das habe ich die Antwort lautet ja ich will mit ihr zusammenziehen das macht mich sehr glücklich dieser Blick nee das geht gar nicht ich habe da schon ein Haus in Aussicht das ist ein Lokal der City es wird dir sicherlich gefallen Echt? Das ist doch super. Lass uns doch bald mal anschauen. Aber vorher machen wir noch ein Foto, ja? Ja, klar. Gerne. Ach ja, das Foto. Also drittwortet ich's mit dem zusammenziehen. Pokémon Dusk Chronicles. Dave. Oh Gott, das K sieht wieder so schrecklich aus, ey. Ich find das ja cool gemacht, aber das K sieht so als Spiel von Sellerie. Sellerie, oder was? Sellerie, Sellerie, ist alles das gleiche. 19. März 2000. Tittike? Ne, Joe. Kann ich Feierabend machen? Ist gleich 8. Ja, wenn du fertig mit der Reparatur des Eingrads bist, kannst du gehen, Dicker. Okay. Hast du eigentlich schon von der Grippewelle gehört, die gerade um sich greift? Sollen sogar schon welche dran gestorben sein. Man erzählt sogar, dass diejenigen, die durch die Grippe krepiert sind, kurze Zeit später wieder auferstehen. Was für ein Blödsinn. Ja, hab ich gehört. Echt heftig. Aber du glaubst diesen Blödsinn doch nicht, oder etwa doch? Natürlich nicht, Joe. Wundert mich bei dir. Bist ja nicht der Hellste. Aber immerhin bist du in dem, was du tust, echt gut. Das muss man dir lassen. Ich kenne nur wenige, die nur so gut im technischen Verstand wie dich. Sonst hätte ich dich ja sicher nicht als Aushilfe eingestellt. Ich schau mal nach. Joe, da kommt ein Kunde. Endlich wird ja auch Zeit für wenigstens ein Kunde am Tag. Kümmere dich mal um ihn. Mach ich. Ah, ah. Joe? Ich will gerade erst die Klingel am Fahrrad, das du gerade reparierst, kaputt ist. Ah, ah. Ich bin noch ein Klingel am Tag. Du bist noch ein Wann frei. Was glaubst du denn mit der für einen Müll? Jalloi. Verdammt, sind Sie irre? Warum... Und Schnitt. Komplett rausgeschnitten. Scheiße, was war das denn gerade? Ich hab Joe als Lockvogel... Ich hab Joe als Lockvogel benutzt. Das war eine Kurzschlussreaktion, die mir meinen eigenen Arsch gerettet hat. Nur zu welchem Preis? Oh, fuck. Warum muss er sich denn... Warum rechtfertigt er sich denn? Seit er rausgerannt ist, ist der Letzte. Beziehungsweise er rennt da raus. Warum hält er denn an und rechtfertigt sich? Das ergibt doch überhaupt gar keinen Sinn. Andererseits war es oftmals ein ziemlicher Arsch. Scheinbar war es doch kein Gerücht mit diesen Infizierten. Ich hoffe das. Das kann doch alles nur ein beschissener Albtraum sein. Oh, da kommt Dave. Superhero Dave. Der sieht ja mit Brille noch beschissener aus. Nee, das ist kein Traumkumpel. Leider. Mann, hab ich ja einen Schreck bekommen, aber danke. Bedanke ich nicht zu früh. Kennen wir uns? Und kannst du mir vielleicht sagen, was zum Henker hier eigentlich abgeht? Ich heiße Dave. Denke nicht, dass wir uns kennen. Für Erklärung haben wir später noch genug Zeit. Erstmal müssen wir hier weg. Und wohin? Ich und einige andere Überlebende haben im Untergrund ein Versteck. Dort bringe ich dich erstmal hin. Okay. Harold ist der Partie beigetreten. Muss ich jetzt alleine hinlaufen? Oh, ich muss mir meine Modizierung gut einteilen. Ich habe noch zwei Magazine übrig. Taste 1 kannst du einen Schuss abfeuern mit Taste 2 lädst du nach. Ich trafene Gegner werden durch die Pistonekugel nicht zurückgeworfen. Ich knall dir einfach mal ab. Ich bin doch nicht so. Ja, das ist das ... Hallo, Leute. Ich warte mal. Ooooooh. Ups. Hihi, hihi. Es kann nicht schwer sein. Es kann nicht falsch sein, die alle abzuknallen. Ups. Was hat denn da? Ein Magazin. Okay, es ist diesmal hier so gehandhabt, dass man so ein Magazin hat, okay. So eine Schusswaffe. Finde ich gar nicht so schlecht. Ist eigentlich eine gute Idee. Ich kann mich mal an meinen Tisch sagen. Danke, dass du mich hierher gebracht hast. Aber ich weiß immer noch nicht, was überhaupt los ist. Ich meine, es gab Gerüchte. Mein Kollege Joe und ich haben uns kurz zuvor darüber unterhalten. Kurz bevor dieser Infizierte uns besuchen kann, wir rieten über diese mysteriöse Kumpelwelle. Wo ist dieser Joe jetzt? Er hat alles nicht geschafft. Er wurde gebissen. Es ging alles so verdammt schnell. Ich habe ihn zurückgelassen. Gräm dich nicht, Kumpel. Gräm dich nicht. Früher oder später müssen wir da alle so eine Entscheidung treffen, weil es um zu überleben geht. Ich sage es nicht gerne, aber er wurde gebissen. Hä? Das weiß er doch. Ich sage es nicht gerne. Das wiederum bedeutet, dass man selbst sozialen Infizierten wird. Wir hätten ihn ohnehin nicht mit hierher nehmen können. Das beruhigt mein Gewissen ungemein, Dave. Hä? Okay, also ich gehe davon aus, dass du ja doch ein bisschen etwas über diese Krankheit weißt. Ich bin vor kurzem an deinem Tatort vorbeigelaufen. Dort habe ich zerfetzte Leichen gesehen. Und dann diese Gerüchte. Ich habe vorhin einfach eins und eins zusammengezählt. Uh, er konnte ja nur so sein. Also so recht glauben kann ich es noch nicht. Okay, Harrod. Dann will ich dir mal erzählen, was genau vorgefallen ist. Es begann gestern am frühen Morgen. Was? Es ist aber sehr früh. Ich kam aus Oliviana City zurück, da ich meinen Freund Simon aus Orania City zum Hafen begleitet habe. Oh, Simon. Ich war gerade auf dem Nachhauseweg. Es war noch recht dunkel und auch ziemlich eblig. Außerdem lag ein seltsamer Geruch in der Luft, den ich nicht zuordnen konnte. Scheiße. Hä? Hey, sie. Er soll jetzt in Ordnung mit ihnen. Hey, sie da. Die will dich nicht angucken. Fuck. Was soll das jetzt? Die Frau sah ziemlich fertig aus. Aber ich hatte natürlich keine Ahnung, bis sie versuchte, mir an die Gurgel zu gehen. Nachdem ich die Infizierten abgewimmelt hatte, rannte ich nach Hause. Jetzt mal ganz doof gefragt. Warum Heddy trägt denn eine Sonnenbrille? Jetzt? Ist vielleicht irgendwas mit seinen Augen? Ist er gekratzt worden oder sowas? Ist er jetzt infiziert und man sieht an seinen Augen, dass er infiziert ist? Behalten wir die Gedanken mal im Kopf. Mein Haus war zum Glück nur wenige Meter entfernt. Ich hatte vor Hoffnung völlig vergessen, dass meine Freundin zu dieser Zeit auf der Arbeit war. Die Vorstellung, dass sie in Gefahr sein könnte, machte mich nervös. Kurz abend fasste ich den Entschluss, mich nach Drauf zu sagen. Er wollte erklären, was mit der Krankheit los ist. Jetzt erzählt er ihm, Ich habe da ein Haus und meine Freundin ist arbeiten und bla bla bla. Ich kamte aber nur an 9, meine 9mm Pistole aus dem Schubfach und machte mich los. Okay, und du hast nur eine Freundin gefunden, Dave? Oh, tut mir leid, Mann. Ich wollte dir nicht zu nahe treten. Jedenfalls, als ich nach draußen ging, war der Ausnahmezustand ausgebrochen. Die Infizierten fielen hilfloser Passanten an. Menschen, wie auch Pokémon, waren infiziert. Wundert mich echt, dass ihr im Fahrradladen nichts mitgekriegt habt. Übrigens, mir fällt gerade auch, wir konnten am Anfang gar nicht auswählen zwischen normal Hardcore und sowas. Also gibt es keine Hardcore-Version. Naja, unser Fahrradladen liegt recht verwinkelt und wir hatten den ganzen Tag Musiklaufen. Und jetzt, wo du es sagst, es kommt kein einziger Kunde. Wir haben die meisten ja zwei Eikopäer rumgeschraubt. Entschuldigung. Na gut, Harold. Du weißt jetzt jedenfalls Bescheid. Ich verschaffe mir erst einmal einen Überblick und schaue nach, ob es noch Wege aus der Stadt rausgibt oder noch Überlebende zu finden sind. In Ordnung. Sag Bescheid, wenn ich mich mit dir angegreifen könnte. Ich bin technisch recht begabt. Ich muss mal so sagen, darf. Mach ich, Harold. Bis später. Meins. Der F-tuscht, der F-tuscht, der F-tuscht. Da mach mal gucken, was sagst du denn? Hm. Ich will hier nicht anreden, während er mit dem Rücken zu mir zu geht. Ist von der Seite an, glaube ich, ist auch nicht gerade cool, aber besser als... Oh mein Gott. Hey. Hey. Ben. Ben. Richtig? Kann ich dir irgendwie helfen? Brauchst du irgendwas? Nein, schon gut. Hattet ich mich schon vorgestellt? Ich bin Dave. Ich hatte keine Sorgen, hier bist du voll sicher. Ja, mal Dave. Ich bin dir recht dankbar für deine Hilfe, letzte Nacht. Aber ich möchte für den Moment erstmal allein sein, ja? In Ordnung. War auch nur recht gemeint. Ich weiß. Danke. Pse? Namenbewerter. Hallo, ich bin offiziell Namenbewerter. Soll ich den speziellen Pokémon bewäh... Oh, verzeihung, es war eine Wohleit. Kein Problem mit einem Namenbewerter. Wer heißt denn so? Haben Sie auch meinen richtigen Namen? Äh, wo bleiben meine Manieren? Ich kenne Ihren Namen, aber ich selbst habe mich noch gar nicht vorgestellt. Ich bin Stan Carter. Ähm. Namenbewerter Stan. Ich bin doch recht geschockt. Jeder andere wohnt auch. Ich hoffe, diese Krankheit kann irgendwie bekämpft werden. Das hoffe ich auch, Stan. Bitte entschuldigen Sie mich einstweilen, Dave. Ich möchte dir ein paar schöne Spitznamen ausdenken, um mich abzulegen. Klar. Oder nicht die Hoffnung verlieren. Wir kriegen das schon wieder hin. Das hoffe ich auch, mein Junge. Das hoffe ich auch. Das ist ja mein Retter. Vielen Dank nochmal. Kein Problem, Schwester Joy. Du siehst mehr daraus. Wie wäre es mit deiner Mütze wie ich schlafe? Weißt du, Schlafmangel ist ziemlich schlecht für die Gesundheit. Besonders für die Haut. Du solltest dich wirklich ein wenig hinlegen. Na schön. Dann gute Nacht, Joy. Auch echt. Gut. Pennen wir halt. 26. März 2000. Guten Morgen, der ich konnte die Nacht nicht schlafen, daher habe ich einen Plan für die Einstellung und Ressourcen erstellt. Doch die Sachen, die du gestern mitgebracht hast, können in ein paar Wochen überleben, denke ich. Habe ich die mitgebracht? Allerdings, die Leute sind zwar nett, aber ich möchte dich unbedingt länger als nötig hier verweilen. Dann schau heute mal nach, wie es auf Route 35 aussieht. Wenn sich dort nicht allzu viele Infizierte tummeln, versuche ich, uns einen Weg zu bahnen. Das Problem wird sein, wenn mir die Munition ausgeht. Jo, los wäre in der Tat ein Problem. Also gut, Harold, wir sehen uns dann später. Wünsche mir Glück. Bis später, Dave, sei vorsichtig. Tuff, tuff, tuff. Tuff, tuff. Erstmal, safe. So, jetzt gucken wir mal, Status, Dave. Tasche, Schmerzmittel, Verbandskasten, Magazin. Okay, Optionen, Tastenbelegung, Grafik, Grafik, Optionen. Was zum? Ach so, warte, ja, da kann ich sehen. Ja, könnt ihr sehen, das habe ich. Ja, ist klar, erst mal voll verrutscht hier. Blödes Ding. So. Scheiße, Haus hier. So. Der hat mich gebissen. Ja, klar treff ich den nicht. Komm her! Ja, ist klar! Der Motorrad 4. Dein Spielplatz, ja, ja. So, unter 35, ne? Wollen wir mal gucken. Achso, ach der Nordausgang. Entschuldigung! Oh! Was denn hier für eine Uhr? Oh, cool. Verbandskasten und ein Magazin. Das gefällt mir. Ich glaube, hier ist ein bisschen mehr. Oh oh! Fuck, hier wimmelt es ja nur von Infizierten. Hier kriege ich die Leute aus dem Untergrund niemals alle Leben durch. Alleine wäre sehr zu gefährlich. Meine Emotion reicht nie im Leben für diese ganzen Viecher. Wenn ich gleich wieder abhabe. Hilfe! Hilfe! Hilf mir niemand! Das ist ein kleinwilliges Mädchen. Verdammt! Was mache ich jetzt? Was soll ich überhaupt? Ich muss dir ja helfen. Vielleicht sollte ich versuchen, Spaß mit meiner Emotion zu sein und zu versuchen, den Infizierten weitgehend auszuweichen. Puh! Dann mal los, Dave. Was? Oh mein Gott. Jetzt muss ich den Idioten ausweichen. Ist klar. Oh mein Gott. Hey Kleiner, komm da runter. Ich will dich in Sicherheit bringen. Wirklich? Bist du keiner von diesen Monstern? Dann bin ich nicht. Schließlich rede ich mit dir, oder? Weil ich habe keine Zeit. Ich traue dir aber nicht. Ich heiße... Wie doof. Ich heiße Dave und du? Wir haben ein Versteck mit anderen Überlebenden. Dort ist es sicher. Ich bin Melanie. Achso, ich komm runter. Weg hier! So, erst mal müssen wir die ablenken. Oh, jetzt haben wir einige ablenkt. Jetzt kommen wir auch besser durch. Ah, da wird es überleben. Und zack, zack. Oh, das ging sogar noch. Einigermaßen gut überlebt. Was da? Aber in der Stadt hier räume ich auf. Davon kannst du ausgehen. Wenn das rumläuft, dann räume ich das leer. Pfff. Okay. Okay Kleiner, hier befindet sich unser Versteck. Danke für die Rettung, mein Held. Eine Frage noch. Wo bist du gebissen? Nein. Als ich diese Monster gesehen habe, habe ich sofort auf den Baum geklettert. Ich saß dort seit gestern Abend. Das ist doch wirklich die Wahrheit. Ja, wirklich. Wieso sollte ich denn lügen? Also gut, dann lass uns mal reingehen. Hey, das ist die neueste. Ich fühle dich wie zu Hause, Melanie. Die Leute hier sind wirklich in Ordnung. Danke. Dave, richtig? Richtig. Aber ich fürchte, es wird schwer, mich hier drin einzuleben. Auch wenn die Leute nett sind, wie du sagst. Momentan lässt sich an der Situation leider nichts ändern. Da draußen ist es viel zu gefährlich. Ich weiß aber, ich vermisse meine Familie und meinen Knuffenser. Du bist ein Pokémon? Ich nehme an, das hat es nicht geschafft. Hm. Ich wollte hier raus aus der Stadt, aber Route 35 war voll von dem Monster nicht. Wie keiner sagt, ich es kriege. Oh. Na, klasse. Jetzt habe ich gerade noch gefehlt. Ich bin verdammt nochmal nicht gut in sowas. Hör mal, Melanie. Das wird schon wieder. Du musst stark sein. Lass das rumgefallen sein. Du musst stark sein. Das wird schon wieder so ein Quatsch. Du musst stark sein. Dein Leben geht weiter, Melanie. Du musst weitermachen. Irgendwie müssen wir uns aus dieser misslichen Lage befreien. Aber das geht nur, wenn alle an einem Strang ziehen. Denk an deine Familie und deinen Knuffenser. Sie würden nicht wollen, dass du so aufgibst. Auch ich habe Menschen verloren, die mir nahe standen. Glaub mir. Und ich bin nicht der einzige hier. Wir müssen versuchen, das besser aus dieser Situation zu machen. Noch ist nichts verloren. Danke, Dave. Wirklich. Aber ich glaube, ich brauche ein bisschen Zeit für mich. Ich werde versuchen, stark zu bleiben. Für uns. Für die Gruppe. Das freut mich, Kleines. Wir sehen uns später. Und nicht die Hoffnung verlieren. Ich denke, ich sollte den anderen jetzt die schlechte Nachricht über Route 35 überbringen. Hö, 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 hö. Hey Leute. Hört mal alle her. Die gute Nachricht ist, wie ihr sehen könnt, dass ich eine weitere Überlebende gefunden habe. Was weniger gut ist, ist, dass wir jetzt weniger Essen haben. Mehr oder weniger, gut fürchte ich. Schließlich müssen wir nun die Vorräte wieder neu geholfenieren. Siehste. Das kriegen wir schon hin. Kommen wir nun lieber zu der schlechten Nachricht. Ja, okay. Jetzt sieht es, dass es keinen Weg durch Route 35 gibt. Es gibt keinen Weg durch Route 35. Dort lauern immer mehr Infizierte. Immer mehr Pokémon kommen aus den Bäumen und dem hohen Gras, die infiziert sind. Selbst wenn wir durch die Route kommen, wissen wir nicht, was uns danach erwartet. Im Scheichewein, ich wusste ich. Ich halte das nicht mehr aus. Es wäre unmöglich, euch alle mit nur einer Waffe und so wenig Munition lebend durch die Route zu bringen. Warum wird das eigentlich immer wiederholt mit wenig Munition? Ich finde, es geht eigentlich noch. Das kann ich nicht verantworten. Alle wieder weggedreht. Ende. Das ist ein Problem. Das ist eine Frage. Ich muss jetzt fragen. Ich muss jetzt mal mit den Leuten reden. Ja, das sollten wir. Dann tun wir das mal. Es gibt also keinen Weg durch Route 35. Das halte ich auch nicht aus. Aber ist doch schon einmal auch geschafft. Zum Besonderes. Wieso haben wir sie doch harm? Wieso gehen sie nicht vor? Wir leben die Infizierten und schleuten uns dann da durch. Weil immer wieder neue Beißer aus den Löchern hervorkriegen. Ach Beißer auf einmal. Man kann sie nicht kontrollieren. Abgesehen davon, geht mir langsam im Ohr mit meiner Gestrichtliste, wie oft dieser Satz kommt. Dazu kommt, dass Sie den ganzen Proviant noch zusätzlich transportieren müssten, was uns noch angreifbarer machen würde. Es ist einfach viel zu gefährlich. Möchten Sie das riskieren, Stan? Was ich weiß, ist, dass ich es hier unten nicht mehr aushalte. Dieser Engeraum mit all diesen Menschen nicht zu wissen, was da draußen vor sich geht, meiner Arbeit nicht nachgehen zu können und hier zu sitzen und zu warten. Ich habe bisher versucht, Geduld zu üben, aber es geht nicht mehr, Dave. Es ist nicht nur mir. Es geht nicht nur mir, so glauben Sie mir. Wenn es so weitergeht, wird ein Lagerkoller ausbrechen. Ich weiß, Sie tun die Beste, Dave, aber das tue ich, Stan. Weil wir können momentan nichts mehr tun, als so lange wie möglich hier zu überleben. Ich bin nicht naiv, aber irgendwann muss doch Rettung kommen. Wir dürfen nicht aufgeben und müssen weiter in einen kühlen Kopf bewahren, dann kommen wir hier alle lebend raus. Ich wünschte, ich könnte nur halb so optimistisch an die Sache reingehen wie Sie. Doch ich fürchte, ich bin nicht in der Lage dazu. Wissen Sie, ich habe meine Arbeit geliebt. Jeden Tag kam Trainer aus aller Welt, um die Spitzen an ihrer Pokémon von mir bewerben zu lassen. Für andere klingt dieser Beruf mit Sicherheit sehr öde, aber für mich war es nun mal mein Leben. Ich will mir nicht gelingen, mich mit dieser Situation abzufinden. Ich kann es nicht. Ich weiß nicht, dass Sie sich bemühen. Doch Sie sind ein guter Anführer, Dave. Doch ich bin nicht stark genug für all das hier. Sie haben sicher noch einiges zu tun, Dave. Kümmert sich um die jungen Leute hier. Für mich gibt es keine Hoffnung mehr. Es gibt immer Hoffnung, Stan. Bitte geben Sie sich nicht komplett auf. Danke, Dave. Sehr guter Mensch. Boah, was eine Spaßbremse. Naja, ich beende hier mal den Part. Wir sehen uns gleich beim nächsten Part. Ich sage tschau. Beaten Sie Hallo. W-B хотieren Sie unserstellen!